Super, jetzt doch eine Rauchgut ballern oder was? Warte kurz, ich rauch erst mal zu Ende. Lass mich machen, okay? Rauch du zu Ende. Ich seh da gar keine. Also der im Geschütz ist schon mal weg. Gut, die restlichen schaffe ich schon, keine Panik. Bleib doch hinten. Warum? Ich will auch ein bisschen Spaß haben. Ja gut, dann hopp, dann mach den Rest. Ich habe ein bisschen geraucht hier auf jeden Fall. Was ist das denn, du für ein Gewehr? Was ist das? 4 von welchen Schöpfen scheiße holt ihr oder hier guckt direkt auf uns okay der heli ist da die laufen aber da drüben kommt der nächste heli zwei helis normal statt in meiner gerufen ja ja was nicht gehört man hört ja bekanntlich mit das was man hören will Achtung der sich da verpisst oh fuck you doch Gegner waren das glaube ich alle oder keine ahnung ich habe gerade selbst begangen warum das denn ich lande zu nahe ich lande zu nahe Haftbombe ich will ich will ich will nicht machen nicht machen lol wieso ist die Haftbombe direkt bei mir explodiert egal ich gehe schon mal zum Heli ja mach das hat uns auch zu mir die kommen kommen müssen scheiß abholen bin ja schon dabei ach da bist du ja schon und diese Waffe hier wo ich übrigens habe das ist ein Gefechts MGE das habe ich mir in meinem in meiner mobilen Kommandozentrale gemacht ach so okay dann verstehe ich die Wucht Halt geh hoch geh hoch geh hoch geh hoch geh hoch warum willst du abspringen ich springe ab und du verfolgst mich da mit dem Heli okay ja was soll ich schon machen ich habe kein Kampffeel ich kann nur spotten und Anweisungen geben ja das war jetzt dämlich das ist kein Problem so bin ich wenigstens schon unten ja ich muss jetzt nimmer hoch laufen ach so weit ist es gar nicht also ich kann höchstens nur spotten und Anweisungen geben gute Idee machen wir oder komm runter und fahr mit jetzt auf einmal doch aber ich fliege doch so gern Heli du darfst ja gleich wieder fliegen aber ich habe halt Panik dass wir hier Besuch bekommen richtig so jetzt wird es brenzlig es ist aber kein kein Spieler hinter uns her dafür aber die da die Kalle hat Klasse Handling, ne? Ja. Siehst du den Ding schon? Den Andi schon? Ja. Aber heute leckt es mal nicht, ne? Schon aufgefallen? Ja. Kannst du nach hinten schießen? Ja, tue ich doch die ganze Zeit schon. Ohhhh! Rasiert! Die Eier, gell? Ja, genau. Rasiert mir die Eier! Eric Cartman! Loil! Ich will die Fahnen! Ja, wohl ein bisschen leckt schon. Ja, wohl ein bisschen leckt schon. Wohl ist der letzte Verlieg. Ah! Hier ist keiner mehr! Sie sind wieder da. Also bei mir leckt es gar nicht. Bei mir hat er auch nicht. Auch wo du gesagt hast, ein bisschen leckt es. Ne, bei mir war gar nichts. Oh nö! Wow! Ey, das ist so scheiße im Fahren zu schießen. Willst du lieber fahren und schießen? Ne. Dann würde ich das nächste Mal nämlich schießen, weil ich kann auch schießen. Ja, ich kann auch schießen, wenn man gut fährt. Halt bloß die Fresse. Ich habe den Kerl ja absichtlich gerammt. Wenn da ein Gegner direkt vor dir steht. Oder kannst du präzise schießen, wenn du dich zweimal im Kreis drehst? Ich meine, stell dir vor, da steht ein Gegner. Der kommt direkt auf dich zu. Wolltest du die nicht umfahren? Ja, nicht wenn die ein Auto haben. Doch, die hat einen größeren. Die haben aber den robusteren. Ja, da hast du auch wieder recht. Dann ist es du auch wieder. Ich frage mich, warum die immer irgendwo in der Nähe geparkt wird. Also unser Lager ist jetzt ein bisschen weniger als, ein bisschen mehr als viertelvoll. Und aus dem Grund würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Das lief ja eigentlich ganz gut, oder? Ja. Wir wissen aber nicht, ob das nächste genauso gut läuft. Ich finde es schade, dass man sich kein Feuerwerk mehr kaufen kann. Das ist echt doof. Apropos, ich muss noch zum Ammonation gleich. Warum? Was, warum? Was ist denn bei Ammonation? Äh, Haftbomben kaufen und Raketenwerfer. M-Menü. Aber ich glaube, Haftbomben gibt es nicht. Doch. Was ist eigentlich mein Tagesziel? Nimm mal ein Luftrenntal, fahr mit einem Fahrgeschäft, hetze ein Spiel, äh, hetze ein Spielräuber auf den Hals. Ja, gut, das mache ich, äh, aber Aschmann will ich schauen, Inventar, Munition. Ob, komm. Jetzt warte doch mal. Kannst du wenigstens in Ruheil zu Ende rauchen. Ich hoffe schon. Oh. Oh.